Das wird jetzt so ein Video, wo ihr entscheiden könnt, wie welches Pferd zu heißen soll und ja, schreibt dann die Namen in die Kommentare. Es sind ein paar Repaints dabei, ein paar richtig schlechte Repaints, die ich noch einmal nachrepainten muss und ja, fangen wir dann mal an mit dem ersten. Ich weiß, es sieht mega hässlich aus, aber ich habe mir gedacht, es muss sein, hier, sie, ich weiß, die Schnauze, die sieht einfach nur mega hässlich aus, die muss ich unbedingt nochmal übermalen. Ja, und es geht ganz nur an Körper, ich kann es hier so hinstellen, dass ich jetzt andere Pferde und da, genau, ja, mit dem weiteren da und so. Ja, nicht viel, ein Prozent, nicht wirklich viel. Es sind ein paar wirklich relativ gute dabei, die muss ich auch noch ein bisschen repainten, hier bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Und ja, das ist jetzt die Pferde. Also, ich finde sie recht hübsch, kann noch ein bisschen verbessert werden. Ja, eben. Also, hier. Ich habe hier recht viele. Ich muss nur die Seite stellen. So, der Nächste ist er hier. Ich hätte mir bei ihm so gedacht, dass ich ihn irgendwie Mushroom oder so nenne, aber, naja, wie wir den Namen gut finden, ich habe nicht gemacht. Ah, er hat hier nicht so halte Seite repainted, so keine so Eingebungen, da hat er so ein bisschen schattiert, also, ja. Ich weiß nicht, ich möchte einfach nicht richtig stellen. Da hinten sieht man noch ein bisschen und, ja. Jetzt spoilert euch schon wieder, ein bisschen zu viel. Ja. Ja. Ihr könnt euch ja auch Screenshots machen, wenn ihr sie nicht gut genug gesehen habt. Ja. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ihr... Warte, ähm, bis jetzt waren sie dran, also bei ihr Hashtag 1, bei ihr Hashtag 2 und bei ihm Hashtag 3, Hashtag 4 bei ihr. Ich weiß, Fleck hört sich einfach nur blöd an, deswegen, ja. Halt kein Fleck. Und, ja. Die ist Hashtag 4. Ja. 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 Kannst du besser sehen. Hashtag 4. Ähm. Hashtag... Sorry, ich muss gerade ein Pferd holen. Ich möchte jetzt hier jetzt an, welches ich mich überholt habe. Hashtag 5 ist hier die Isländerstute. Die aber nicht... Also die, was man so im Set kaufen kann. Und... Oh. Ich mag sie richtig. Ich finde auch ihre Pose so schön. Irgendwie. Mit der Mähne über dem Auge. Ja. Hashtag 5 für sie. Kann ich mal zusammenstellen. Jetzt bin ich eben verwirrt. So. Nicht. Für den Schluss kommen dann noch ein paar von 2018 und eine, die ich erst heute bekommen habe. Also. Dann. Hier. Ja. Und bitte schreibt nicht so wie Blacky oder sowas rein, weil solche Pferde habe ich einfach schon. So. Die, was ein Blacky heißen oder so. Er ist halt in Schwarzwilder. Ich weiß, es werden jetzt viele Black reinschreiben. Also. Aber für ihn. Hashtag. Fünf. Fünf. Sechs. Hey. Sorry. Ja. Aber wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr nicht von welcher Hashtag es ist. Hashtag fünf. Dann ist jetzt Hashtag sechs. Oder sieben. Weiß ich nicht. Aber Hashtag sechs. Ihr könnt ja das Video sehen, wisst ihr eh. Oder ihr seht nochmal nach. Herstags sechs seid ihr. Und bitte halt kein Fleck oder sowas. Das wird hinterhängen übrigens. Und. Ja. Ganz normal halt. Ja. Dann machen wir weiter. Mit ihr hier. Jetzt hat die Musternstube. Nichts Wunderes. Da. Könnt ihr halt Screenshots machen. Und das ist jetzt Hashtag sieben. Glaube ich. Weiß ich nicht. Hoffentlich ist es. Hashtag sieben. Hashtag acht. Der Dragina. Ja. Einfach keinen blassen Schem mehr. Okay. Das war grad komisch. Egal. Ich hab keinen Blaschenfiller. Deswegen Hashtag acht. Ach. Glaub ich. Ja. Und. Das war grad komisch. Und. Mir hat's auch immer das geschrieben. Ist das egal. Ist das egal. So. Ist auch nicht das. Richtigen Handy. Das ist. Ich hab zwei Willis wissen wollte. Und. Ja. Noch ein weiteres. Paint von mir. Und. Ich weiß nicht. Ich zweifle daran. Chica. 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 Chica zu nennen. Aber. Ich weiß es halt nicht. Ja. Ich weiß. Überhaupt gar nicht. Ich glaube. Aber. Ich bin wirklich chica. Aber. Ihr könnt ja mal. Mal. In die Kommentare schreiben. Hier. Der Mustang Hengst jetzt. Ja. Schon vor. Stute. Mustang Hengst. Hashtag irgendwas. Weil ich nicht das mitzählen kann. Und. Ja. Halt gern. So. Ähm. Jetzt kommen wir zum. Vorletzten. Nein. Vorletzten. Also zu denen. Die was noch. Online. Also die was man nicht hoffen kann. Also die. Also die was nicht. Von 2018 sind. So. Formuliert. Und zwar. Hier der. Aus dem Heft. Und. Licht. Ist grad komisch. Licht. Könntest du bitte wieder angehen. Oder irgendwie sowas. Bitte. So ein kleiner Scherz. Hengst. Hengst. Er ist das Modell vom Shetland Pony. Hengst. Halt nur anders angemalt. Aus dem Katalog. Wie gesagt. Wenn ihr mal eine Vorstellung von dem Katalog haben wollt. Der jetzt im Januar rauskommt. Dann schreibt es mir in den Kommentaren. Könnt ihr mal machen was ihr wollt mit dem. Kommentaren. Nicht ernst gemeint. Aber. Hashtag irgendwas. Weil ich nicht mitsehen kann. Hier. Auch aus dem Katalog. Ich weiß nicht. Meiner ist nämlich so. Licht. So. Heller. Da. Als die anderen. Als die anderen. Als das Katalog ist. Halt nur oben. Strahlt gerade ein bisschen. Na gut. Da fliegt ein bisschen weiter runter. Ja. Hier kann man es gut sehen. Beachtet einfach das ganze Chaos dahinten. Da ist die Fohlenwege und sowas. Halt. Das ist der Hengst. Und er ist irgendwie heller. Ich weiß nicht warum. Aber mir kommt das so vor als wäre er heller. Und es gab ja schon mal so ein Ding wo es heller war. Und ja. Muss ja kurz das wegräumen. Und auf der Seite liegt hier. Diese ganzen Sachen. Die lassen mich gerade ein bisschen. Aber. Ja. Die muss ich dann noch wegräumen. Weil es kommt ja bald eine Serie raus. Also. Beginnen wir mit dem. Modell was ich. Früher bekommen habe. Also was ich. Nicht heute bekommen habe. Sondern vor ein paar Tagen. Also noch 2017. Und zwar hier. Das englische. Der englische Vollblut. Hengst. Hengst habe ich. Ja. Hengst. Von 2018. Wurde jetzt 2017 gemacht. Und da ist irgendwie so ein Fleck. Und der nervt. Weiß nicht. Hat man jetzt schon was gesehen? Und ja. Also sie ist weiß halt. Und schreibt für ihn mal Namen in die Kommentare. Weil bei mir. Ja. Hengst. Da fällt mir. Hengst ein. Damm ist mir mal eingefallen. Da habe ich bei so einem Spiel. Gamm genannt. und. Also so wie Gummi. Also nicht Gamm. Gamm. Gamm ist Kaugummi. Und hier. Und hier. Und hier. Ganz ganz genau. Ja. Ihr habt es jetzt gesehen. Das ist die. Hol. Holsteiner. Holsteiner. Ich weiß nicht. Ob ich es wirklich ausgesprochen habe. Aber Holsteiner Stute. Ich habe es geschafft. Ähm. Gibt mir leid. So spricht man das glaube ich aus. Mhm. Sorry. Wenn ich es falsch brauche. Falsch ausgesprochen. Was ist heute mit mir los? Ausgesprochen habe. Und ja. Hübsch. Bin ich. Da auch noch so Zöpfe. Und Herzen. Eins. Drei. Drei. Vier. Und hier hinten noch der Schweif. Der so ein bisschen in die Höhe geht. Ich habe auch noch das Fohlen. Warte kurz. Ja ähm. Heid. Stute. Wollen wir jetzt noch die Tiki suchen. Und so. Okay. Hopp. So. Heid. Stute Hengst. Fohlen. Fohlen. Genau. Das nenne ich aber Grey. Ja. Für die keinen. Und für sie halt. Hastig irgendwas. Ich weiß es nicht. Hier sind noch alle Pferde einmal. Das sind nicht alle richtigen. Aber. Ihr wisst welche es sind. Also. Ja. Ciao. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mich dann auch oben da. Und wenn ihr es noch mal verpassen wollt. Dann geht es uns heute Tiktokern. Ciao.